Vielleicht hat der Controller auch Punkte, an denen er sagt, okay, äh, jetzt darfst du diese und diese Eingaben nicht machen, weil ansonsten, äh, Softlock. Das wäre scheiße. Das wäre das extra Leben. Nein! Ich habe diese Stelle noch nicht ein einziges Mal überlebt. Auch dieses Mal nicht. Es hat wieder nicht funktioniert an exakt derselben Stelle. Es hat wieder nicht funktioniert an exakt derselben verkackten Stelle. Jetzt mal, willst du mich ver... Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Ist das normal an dem Punkt? Jetzt mal ohne Scheiß. Ist das normal an dem Punkt? Weil dann, äh, weiß ich nicht, der muss sich das Offscreen machen oder hoffen, dass es irgendwann mal durch Zufall funktioniert. Das ist doch kacke, ist der doch. Du kannst doch nicht sagen, pass mal auf, an der Stelle funktioniert der Sprungknopf nicht. Was ist das für eine Scheiße? Es ist ja nicht mal mehr so, als hättest du da ein kleines Fenster zum Drücken. Du hast ja, das sind ja drei, vier Sekunden oder so ein Scheiß. Das ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Als wäre das überhaupt... Warte mal. Sonic 06 Bug, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie das Level heißt. Irgendwas mit Train. Äh, Radical Train oder so. Hm. Ähm, Exciting Radical Train Game Breaking Bug. Wobei, aber die kommen jetzt ja scheinbar weiter wie die... Ich hab keine verfickte Ahnung, Mann. Das kotzt mich an. Das ist dann jetzt ein Punkt, an dem das Spiel einfach mutwillig meine Zeit verschwendet. Mit irgendeiner Kacke, mit der ich mich nicht auseinandersetzen zu haben muss, soll, auch immer. Äh. Äh, äh, übel, Mann. Echt übel. Ich habe nichts... Ich... Ich werde es jetzt noch genau einmal versuchen. Danach werden wir uns für heute was anderes suchen. Würdest du bitte da reingehen? Arschloch. Danke. Danach werden wir uns für heute was anderes suchen. Weil das... Keine Ahnung. Wenn ich es nicht spielen kann, dann... Äh, äh, keines aber feines Problem. Was ein Müll. Wirst du sehen? Weißt du... Das war... So beschissen das Spiel ist, zumindest... Konnte man es bis hierhin spielen. Scheinbar hat das Spiel dann jetzt aber beschlossen, nee, wollen wir doch nicht. Ist... Keine Ahnung. Also... Ja, Daumen drücken. Daumen drücken, dass das, äh, dass das fantastisch geht. Aber mich nicht dicht, Arschloch. Ich drücke nichts. Ich schwöre, ich drücke nicht. Ich habe das Spiel in der Zwischenzeit sogar neu gestartet. Ich drücke nichts. 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 Alter, ich verstehe nicht mehr, was passiert. Ich habe... Ich labere ja viel, wenn so ein Stream und so ein Tag lang ist und so, ne, aber... Ohne Scheiß. Ich bin sprachlos. Ich bin absolut... Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen würde. Ich habe wirklich keine verdammte Ahnung. Ihr seht, das sehe ich aus wie ein Tester. Das ist recht, älter. Ich habe keine verdammte Ahnung, was ich sagen, tun, lassen oder weinen soll. Ist schon wieder die falsche Seite, weil ich so klug bin. Der Framework ist auch geringfügig, was ich... Ich hatte jetzt, ich bin die ganze Zeit da stehen geblieben, hatte jetzt aber trotzdem noch Zeit in diesem dummen Zuschauer zu rennen. Was ist, was, ich meine, was los ist. Das ist, äh, das ist problematisch. Das ist, ist sogar sehr problematisch. Aber gut, äh, dafür Framework. Da muss man Prioritäten setzen. Wenn man sagen kann, pass mal auf, wir sind immerhin Sonic, wir haben Framework. Da muss man zufrieden. Ich drücke den Sprungknopf, aber nichts passiert. Äh, gut. Sagt sie ja und machte eine Rätschel, die ich nicht eingab. Ich war nicht mal mehr auf der Plattform. Aber danke, es geht dann wohl auch mal in diese Richtung. Ich bin, äh, damit bin ich jetzt dann einfach mal zufrieden. Zwungenermaßen. Ich habe keine Möglichkeit, dieser Scheiße auszuweichen. An dieser Stelle habe ich keine Möglichkeit auszuweichen. Was ist da gerade runtergefallen? Tschüss. Das wird wirklich anstrengend hier, langsam. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist wirklich anstrengend gerade. Okay, also, äh, was muss ich nochmal machen? Ich habe keine verdammte Ahnung. Was, was musste ich frieren? Was willst du von mir erzählen? Ja. Er ist ja schon tot. Geh mir nicht auf den Sack. Guck. Wie wenig Zeit du hast. Aber jetzt sind wir hier und haben noch vier Leben. Sagte Gina und er starb. Genau. Gib dir gleich jetzt auf. Pass mal auf. Jetzt aber. Wir haben jetzt so viele Leben, das muss jetzt wohl funktionieren. Ich hatte vorhin auch mal ein paar Leben, aber dann bin ich ja zweimal hintereinander dann direkt an der scheiß verfickten Stelle da gestorben. Genau, bald bricht der Vulkan kurz aus. Oder er spielt dann einfach ein bisschen Curvy. Das wäre fies, oder? Das wäre schon fast hinterhältig von mir. Einfach da herzugehen und sagen, wir spielen jetzt einfach Curvy. Ich will das extra Leben. Nein! Ich will doch extra Leben haben. Ich wünschte, der Knopf funktioniert jetzt schon nicht. Der Knopf funktioniert jetzt schon nicht. Ich drücke jeden einzelnen Knopf auf diesen Controller. Okay, wir haben noch genau zwei Versuche. Danach werde ich was anderes spielen. Es sei denn, es funktioniert. Es kann ja nicht sein, dass es Glückssache ist, ob ich dieses Level schaffe. Was ist das? Ich laufe übrigens nicht absichtlich an dem One-Up vorbei. Aber jetzt funktioniert für den Moment der Sprungklopf. Immer noch. In meinem Leben habe ich noch nie ein Spiel so sehr gehasst, wie das jetzt gerade. Ohne Scheiß. Das ist der absolute Knaller. Ich habe jetzt den ersten von One-Up gekriegt. Noch mal. Warum habe ich das denn jetzt nicht eigentlich? Was war das denn? Was ist das denn? Toll, danke. Nichts Schöneres kann ich mir vorstellen, als ein One-Up in diesem Spiel einzusammeln. Das gibt es doch nicht. Das kann nicht sein. Das ist... Plötzlich willkürlich, das. Jetzt geht es wieder nicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Wollen die mich verarschen? Das funktioniert wieder nicht. Das rollt. Ich wünschte, das wäre alles ein Scherz. Ich wünschte, das wäre alles ein Scherz. Aber leider ist es das nicht. Ich kann den Controller nicht mal mehr ausschalten. Ich habe nicht Pause gerückt. Du wirst jetzt nicht wieder... Nein. Nicht yes, nein. Du fügst dich jetzt. Und lässt dich spielen. Das ist das, was du tun wirst. Ja. So. Ja. Jetzt. Yes. Yes. Okay. So war es so gut. Yes. Nee. Nein. Wie soll ich denn um diese Ecke da rumkommen? Habe ich das One-Up gerade schon eingesammelt? Ich glaube nicht. Doch habe ich. Shit. Oder? Ja, habe ich. Mist. Ist egal. Okay. Wir haben noch fünf Versuche. Das muss jetzt irgendwie funktionieren. Haha. Okay. Lücke nichts. Ich springe. Ich springe nochmal. Das lag tatsächlich am Controller. Das lag tatsächlich am Controller. Ich drehe... Nein. Ich habe gelitten. Also nicht so, wie ihr jetzt. Ja. Okay. Okay. Was muss ich machen? Was muss ich tun? Was? Ich habe keine Ringe. Ich habe keine Ringe. Ich habe nur einen Ring eingesammelt. Das ist das Wichtigste. Boah, ich dachte jetzt für Sekunde, es reagiert wieder nicht. Ohne Scheiß. Ich traue in diesem Spiel absolut nichts mehr. Nicht mal mehr dem eigenen Controller. Das muss ich mir vorstellen. So weit sind. Kann mir bitte irgendwer erklären, woran ich jetzt gerade gestorben bin? Kann mir bitte irgendwer sagen, was das jetzt für eine Scheiße war? Oder warum? Oder so? Wir müssen auch nicht. Ich brauche keine. Ich bin Falkan langsam Spannung. Okay, 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 okay. Warum ich jetzt gerade gestorben bin? Ich habe keine Gottfrau. Verdammte Ahnung. Yes. Nein. Ich brauche Ringe. Ich brauche Tudeligst Ringe. Danke. Der Rest ist mir jetzt für den Moment erstmal egal. Kann ich dem irgendwie auswählen? Ich darf nur die Explosion nicht treffen. Interpretiere ich das richtig? Kann ich das angreifen? Ich kann das nicht angreifen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wirklich einfach nur... einfach nur... der Explosion ausweichen oder danach immer einen Ring einsammeln. Einen Ring. Ich bin almost there. Police, hang on. Ah. 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 Mir kommen die Tränen, alter. Ich habe es geschafft. Was zur Hölle Jetzt replay bitte mal den Controller wieder Oh ja, sehr gerne Ja, ich weiß auch nicht, was das Problem war War doch ganz easy Beruhigungstee Oh, Freude Schöner Götterfunken Speichern erfolgreich Ich muss das nie wieder machen Ich muss das nie wieder machen Ich Ich hab wirklich Tränen in den Augen, gerade Ohne Scheiß Eine wohlverdiente Katze Ja Natürlich Eine Aufgabe Nee Nein Was für ein Iblis Trigger Was war das denn jetzt für eine Scheiße Ich wollte ja sagen, dass Saga hat ein bisschen so, als hätte sich gebückt und die Finger wären irgendwo hingegangen, aber Weißt du, weiß ich schon Ja, it's no use, sag's schon, it's no use, sag's, wag es dich nicht, it's no use Ja, wie wer Wer, 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 wer Ja, wenn das nicht als Grund reicht, weiß ich es auch nicht mehr Egal, ein 15-jähriger Praktikant hat sich scheinbar auch mal eingebaut, in der Tat Was ist jetzt? Und wir gehen jetzt einfach, oder? Da ist jetzt der übelste Stairdown und wir hauen einfach ab Ja gut, da muss man Prioritäten setzen und sagen, gut, nee, ist auch scheiße hier, was soll ich denn hier Plötzlich ein Penisflugzeug Ja, dann haben wir wohl verloren Rreaktion Wel paket Aufgrund ihrer rea- Aufgrund ihrer Reaktion hat sie ja scheinbar nicht damit gerechnet, dass Sonny jetzt tatsächlich käme. Act Genesis. Ist es jetzt ein Boi? Kann man schon mal... Kann man schon mal zwei Raunen-Gruppen machen. Oh! Warum sind eigentlich seine Ohren auf den Haaren? Du calls Bullshit. Ach, Quatsch. Stimmt, aus der Höhe werden Fang auch... Stopp. Ich kann nicht speichern. Sag mir, dass es wirklich vernünftig gespeichert hat. Was muss ich machen? Die mir gibt... Ich will doch mal einen Ring jetzt. Das muss ich tun. Was kann ich tun? Oh, es kommt runter. Der ist aber sehr nett von ihm. Was? Hätte ich jetzt die Dinger treffen sollen, oder was? Entschuldige, ich wusste nicht, dass ich das machen muss in anderthalb Sekunden. Die Höhe dafür Zeit gibt's Arschloch. Moment, Moment. Was? Ja? Das bringt mir nichts. It's no use. Ich glaub, das ist jedes Mal Pause, weil das Mini-USB-Kabel aus dem Controller rausfällt. Was muss ich machen? Warum sind da Höhlen? Ich möchte gehen in die Höhe. Kann ich verschwinden? Kann ich einfach gehen? Natürlich. Natürlich eine unsichtbare Wand. Was genau habe ich anderes erwartet? Das... Ist der dran? Muss ich nicht. Das ist der letzte Regulierung-Boss? Äh, okay. Ich schätze jetzt mal einfach, dass ich da irgendwie... Dass ich da so hoch... Ja, das ist jetzt das, was ich vermute. Ich hoffe, dass ich da mit Gottverdammt auch mal recht habe. Weil ansonsten... Raketen. Die realistischer nicht aussehen könnten. Ne. Da ist das, die auch die realistischer aussehen könnten. Pass auf, jetzt. So. So. Dann verschwindet es halt einfach. Willkürlicher Weise. Weil das Spiel gerade so beschlossen hat. Ja. Hier. Da, da, da. Wenn das Ding nicht 80 verschiedene Phasen hat, haben wir eine Chance. Aber nur dann. Oder der Controller nicht wieder ab. Nein. Was ist das jetzt? Was war das überhaupt? Ach, ich klipp die Kamera klipp durch den Boot. Natürlich klippt die Kamera durch den Boden. Ich kann die Kamera übrigens auch nicht höhen verstellen. Also ich kann... Das ist die einzige... Die Kameraeinstellung ist im Moment fix. Das heißt, die Kamera klippt durch den Boden in einer fixen Kameraeinstellung. Das heißt, die eine Kameraeinstellung, die es jetzt gibt, selbst die haben sie verkackt. Das ist ja fantastisch. Das sind ja die tollsten Aussichten überhaupt. Das ist halb tot. Yes. Alter. Ja. Jetzt geht es abwärts mit dir? Ja, mit mir auch schon seit Wochen. Seitdem ich dieses Spiel das erste... Nein, das stimmt gar nicht. Wir sind sehr selten. Was muss ich tun? Das Ding war ja nicht mal mehr in meiner Nähe jetzt. Was war das denn? Das war ja nicht mal mehr, also irgendwie gefährlich nahe oder so. Nein, Arsch. Nein, Arsch. Okay, pass auf. Der hat... Ach, der verliert Arme. Das sehe ich jetzt erst. Okay, pass auf. Also wir gehen jetzt dahin, wo die Arme sind, ja? Also bleiben wir hier. Bleiben wir hier. Jetzt geht der Laser, geht einen Kilometer neben mich irgendwo in die Pampa. Jetzt verschwinden die Arschkampen und es ist ein paar neue. Weil so funktionieren Bosse. Dann so. So. Shit, aber ich habe immer noch Ringe. Ich habe immer noch Ringe. Der Rest ist egal. Der Rest ist... Zumindest mal zwei Drängen. Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Ja, bitte? In der Cutscene, die mich von dem Ding herunterstürzt, nehme ich Schaden. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich kann die Kamera nicht bewegen. Ich habe aber Ringe. Der Rest soll mir jetzt erstmal egal sein. Wo sind Ringe? Wo sind Ringe? Da sind Ringe. Da hinten ist der Arm. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube... Na, 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 na doch. Aber warum... Warum ist der noch manchmal verwundbar? Was? Die Ringe. Warum sind meine Ringe verschwunden? Dann gehe ich jetzt. Nee, ist mir jetzt egal. Dann gehe ich. Nee, ohne Ringe spiele ich nicht. Ohne Ringe sind wir keine Freunde spielen. Das... So, gib mir die. Da liegen noch viele rum. Schießt ihr denn irgendwo in die Pampa, wenn ich hier bin? Ich habe doch nicht erst fünf Ringe eingesammelt. Das stimmt doch gar nicht. Genau gesehen. Ja, dass das Zeichen leuchten muss, ist mir klar. Aber wann tut es das? Ist das willkürlich? Ich will nicht oder... Okay. Mach. Okay. Okay. Jetzt kommen die scheiß Arketen. Genau. Und dann leuchtet es vielleicht. Yes! Yes! Was? Das war so undynamisch. Das war natürlich ganz fantastisch. Äh... Hurra, wir haben den nächsten Boss besiegt. Ich bin ein so glücklicher kleiner Panda. Na, eins plus habe ich noch gesehen. Ja, ach, erzähl. Zeh wie Kruztroffer. So, bitteschön. Na, nie. Ah. Und das ist so. Warum träumt. Von einer... Von einer Welt mit einem tollen Spiel. Jetzt nur noch Elite-Boss. Was sind denn Elite-Bosse? Was sind denn die... Möchte ich das wissen? Ja, ich habe nur einen Beruhigungs-Stil, glaube ich. Oder Pfefferminz. Mit Pfefferminz bin ich... Oh, das Spiel ist so meisterlich, Alter. Das Spiel ist so... Ja, Elite-Partner, genau. Ich Parshippe jetzt. Alle elf Minuten verliebt sich über Parshibe ein Single. Er hat das eine Single dann aber nicht sonderlich viel von. Arschkrampe. So. Also, Parshibe ist die Arschkrampe. Nicht Gina. Ja, total. Sagte sie und brachte sich um. Sonic. Sonic. Genau, FIFA. Okay. Genau, Elite-Bosse für Schurken und Fieslinge. In der Tafil in den Dschungel. Funktioniert das nicht normalerweise andersrum? Muss ich da nicht irgendwie... Also, habe ich so zumindest in Erinnerung. Aber das weiß ich schon. Die M Die M Bis zum nächsten Mal.